Leute, wir sind wieder bei IMOONFINZERNSTV und wir haben hier den Frontman von Good Weather Forecast und ich bin eine lokale Berühmtheit, deswegen... Deswegen würde ich sagen, pushe ich euch einfach noch ein bisschen. Kann ich ein Autogramm von dir haben? Ja klar, kein Problem. Mach mal nachher, oder? Mach mal nachher, ja. Und die coolen, die verlinke ich mal, ne? Wenn ihr da draufklickt, dann kriegt ihr ein paar Flyer hier und checkt die mal aus, ja? Wie solltet ihr heute Abend? Wir spielen heute Abend, und zwar Sankt Augustine, genau. Kommt vorbei. Kommt vorbei Leute. Gut, haut rein.